Musik 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 Ich möchte immer noch wissen, warum Sie in Deutschland sind. Was passiert? Was passiert? Wir würden lieber bleiben in Amerika, wir würden lieber bleiben in Kanada. Was passiert? Wir haben so viel Liebe von dir, warum gibst du uns Menschen so? Das ist so unglaublich. Was siehst du, wenn du beim Dasein in unsere Augen schaust? Ja, was du brauchst. Wenn wir zum Dasein gehen bei dir, hörst du dann unsere Gedanken? Wenn wir innerlich was denken, weißt du das? Weißt du das? Siehst du Gefühle? Spürst du Emotionen? Alles. Geschichten? Lebensumstände? Alles. Zweifel? Zweifel. Siehst du die Menschen, die uns umgeben? Das heißt, wenn wir vor dir sind und im Stillen um etwas bitten, dann hörst du das? Oder konzentrierst du dich auf etwas anderes? Ich kann fühlen, ich kann sehen. Das ist okay. Das ist normal für mich. Wenn du mehr Sachen hast, wo du Hilfe brauchst, dann kommt die Hilfe rein. Die anderen Sachen interessiert mich nicht mehr. Wenn ich mich oder wenn wir uns mit dir verbinden, zu dir beten oder anders, wirkt das Licht dann von Parabatmann mehr. Wenn du betest, helfe ich immer. Manchmal mehr, manchmal weniger. Wie merkst du das, wenn man zu dir betet? Du hast gesagt, wenn du dir dessen bewusst wärst, dann wäre es als ob tausend Telefone ständig klingeln. Das ist kein Telefon. Also was? Die klingeln Telefon, die gibt es nicht viele Leute. Die Nummer kenne ganz wenige Leute. Die Telefon klingelt nicht. Nur die Innere anrufen. Und wie merkst du die Innere? Ja, das kommt. Okay. Kennst du jeden, der dich anruft? Der innerlich begelt? Ja, absolut. Wo ist der Unterschied, wenn wir den schreiben? Kannst schreiben, ist okay. Das ist gut für dich. Ich meine, manche Leute wollen schreiben. Früher war immer Briefkasten. Und dann die denken, oh, alle Probleme sind gelöst oder so. Das ist das. Das ist das Gefühl, wenn sie in den Briefkasten schreiten, dann ist es klingelt. Aber es macht für dich keinen Unterschied, ob ich zu dir bete oder ob ich dir eine Brief schreibe. Das ist egal. Für mich ist es okay. Für mich macht es klingelt unterschiedlich. Für mich ist es okay. Du schreibst, du bietest innerlich. Das ist gleich. Ist gleich. Ja. Okay. Und du spürst es dann direkt oder nicht? Okay. Und wir dürfen auch für andere bitten. Ja. Muss ich die anderen fragen, wenn ich jetzt zum Beispiel für meine, ich habe jetzt zwei Enkelkinder, ich möchte für die Enkelkinder bitten, muss ich dann die Eltern fragen oder kann ich einfach so? Ganz einfach. Ganz einfach. Ganz einfach. Ganz einfach. Und du, Mira, als du Kind warst, warst du bei Gott. Und jetzt bist du immer bei Gott. Du bist ein Avatar. Ich verstehe das Konzept nicht. Du bist also praktisch einfach so auf die Welt gekommen. Und... Ja, aber ich meine, der Gott hat uns geschickt und wir sind da. Wir sind ein Teil von ihm. Aber ich kann nicht sagen, ich bin der Gott. Aber da ist keine Entwicklung, wo du Kind warst und jetzt? Nein, da ist kein... Da war kein Progress. Also wir sind da, wir sind da. Das ist alles. Wenn du da sein gibst, dann sind wir danach ganz voll und aufgeladen. Ja. Und dann geht es wieder weg. Was kann man denn machen, dass es bleibt? Ja, das bleibt es. Manche Leute bleibt es. Manche Leute sagen, die ist weg. Verteilig. Die ist nicht weg. Ich denke aber, du machst so viel und dann verliere ich das wieder. Dann musst du wieder so viel machen. Dann verliere ich das wieder. Dann musst du wieder so viel machen. Das ist okay. Und, Mira, das Licht und Paramatmen, wie kann es mehr werden bei mir? Was soll die machen? Mehr werden? Die Lichter ohne Licht, diese fühlen sind sehr wichtig. Was zu fühlen, was ist ein gutes Gefühl, das ist das wichtigste, was wir sehen. Das ist das Gefühl, das Gewicht, das Zähne, das Zähne. Das Zähne. Gott ist überall. Wir können nichts sagen, Gott ist so, Gott ist so. Und wie sehe ich Gott in meinem alltäglichen Leben? Mir fällt es schwer, Gott in allen zu sehen. Wie fühlst du Gott? Wie fühlst du Gott? Kaum. Im Alltag kaum. Du hast so. Der Glauben da, der Gott ist da. Ja. Aber wenn du denkst, Gott sei etwas zu tun. Du kannst nichts sagen, Gott sei nichts zu tun. Aber wenn du denkst, Gott sei etwas zu tun. Du hast gute Fühle und du fühlst etwas. Das ist alles. Das ist alles. Okay. Dann versuche ich das mal. Und was heißt dein wilde Geschehe? Wenn man, ähm, Devotion, wie bringt man das zusammen? Den eigenen Willen und Devotion? Da ist keine speciale Methode zu bringen, Devotion. das kommt automatisch. Du musst machen, was du willst machen. Einfach bieten, locker bleiben, akzeptieren. Und was akzeptieren die Dinge, die Welt wie sie ist, die Dinge wie sie kommen? Alles. Was kommt uns vor? Was kommt uns vor? Erstmal, wir müssen lernen, zu akzeptieren. Dann kommt andere Sachen zu. Du akzeptierst nichts. Du machst immer Resistanz. Dann hast du immer vorhanden. Du kannst nichts sagen. Du kannst nichts sagen. Manchmal kann man sagen, ich will nichts, ich muss weg von hier. Das kann solche Entscheidungen treffen. Aber das passiert nicht so oft vor. Du musst zusammen bleiben, in der Familie zusammen. Du musst akzeptieren. manchmal sagst du, ich will nichts, ich will weggehen. Aber wie lange gehst du weg? Dann kommst du wieder zurück. Aber muss man sich nicht manchmal auch aufregen über Dinge? Ja. Explodieren, du kannst schauen, du kannst alles machen. Das muss einmal raus. Ja. In München hast du gesagt, dass Gott nicht spricht zu den Menschen. Gott ist nur das Gefühl. Gott sagt nicht, er muss das oder das machen. Die Leute denken, Gott sagt, ich muss das oder das machen. Aber das ist nicht so. Man kann es fühlen, man kann es tun. Aber viele Leute denken, Gott hat gesagt, mein Guru hat etwas gesagt. das ist nicht so. Aber Gurus oder Avatare, die sprechen? Ja, aber die Denker, die Guru hat gesagt, etwas zu machen. Das ist 100% stimmt. Die Guru sagt nichts, du musst so machen, das ist ein bisschen so. Hast du regelmäßig Kontakt mit anderen Avataren? Ja, wir sind alle zusammen. zusammen. Wie viele gibt es ungefähr, die jetzt gerade inkarniert sind, auf der Erde? Ja, viele. Manche sind non und manche sind auch non, aber wir sind alles zusammen. sind alle zusammen. Gibt es einen Unterschied zwischen Gott und der göttlichen Mutter? Dem weiblichen Teil von Gott, oder wie man es nennen will? Es ist ein Unterschied, aber der Sankt wie die Person nehmtacken. Ich lasse manche Leute sagen, die göttliche Mutter ist ein bisschen saft. Soft. und der männliche Guru ist ein bisschen hart, also ein Lachen. Sind nur Vorstellungen? Nur Vorstellungen. Aber die Kraft ist gleich. Vertragen sich die Avatare untereinander? Sind die Avatare einer Meinung, oder ehrlich? Nein. Die eigenen Meinung, keine passt zusammen. Genau. Passt nicht zusammen. Nein, passt nicht zusammen. Gibt es auch so? Streit? Ich weiß nicht, aber jeder hat seine eigenen Meinung. Für mich ist kein Problem, dass er das ist, aber wir haben keine eigenen Meinung. Ich weiß, das muss sein, dass Leute zusammen achten. Man muss eine Regel haben. Die Worte zusammen achten. Man muss nur mich vorgen, der Wohler zusammen bleiben. Kann ich als Mensch so eine Art Überbewusstsein, ein Seelenbewusstsein bekommen, erlangen? Das kommt nicht so auf die Frage. Nein. Also man sollte nicht zu viel Zeit darauf verwenden. Nein. Okay. Wir bleiben im Alltag. Aber die Menschen, die erleuchtet sind, also gibt es das überhaupt? . Gibt es das? Ja, wenn wir when we entwickelt werden, dann können wir nicht in diesem Leben bleiben bleiben. Entleuchtung bedeutet immer vor Zeit oder nach Zeit. Entleuchtung können wir hier nicht bleiben bleiben bleiben. Wir haben Kontakt mit dem Heiligen, wir werden Teil des Heiligen, aber nach der Erlangenheit können wir nicht in diesem Körper oder in diesem Welt. Das ist passiert. Erlangenheit bedeutet, wenn man sich mit Gott identifiziert. Das ist Erlangenheit. Und was ist Erlangenheit? Erlangenheit? Einige Leute sagen, sie sind Erlangenheit. Ja, das ist eine andere Sache, aber es ist nicht Erlangenheit. Erlangenheit bedeutet, erlangenheit zu sein. Erlangenheit bedeutet, erlangenheit zu sein. Erlangenheit bedeutet, erlangenheit zu sein. Wenn Gott da ist, er hat so viele Visionen und so viele Gefühle. Da ist kein Ende. Wenn dein Geist aktiv ist, erlangenheit zu sein. Ja, und wenn das nicht mehr ist? Was sehe ich dann? Bin ich dann tot? Dann ist nichts mehr da. Ja, bis wir aktiv sind, das wird weitergehen. Erschaffen wir unsere eigene Welt. Und wenn ich aufhöre, die zu erschaffen, meine eigene Welt, geht das? Kann ich meine eigene Welt aufhören, die zu erschaffen? Ja, bis dein Geist da ist, wird es viele Dinge erlangen. Oder du hast gesagt, einen Darschan gibst du da hin, wo es gebraucht wird. Ja. Ist das immer dasselbe Licht, oder? Nein, nein, jedes Mal. Jedes Mal. Jedes Mal, aha. Wenn wir hier einen Darschan bekommen, bekommen da unsere Kinder, wenn sie jetzt nicht da sein können, auch was von dir? Ja, die kommen ja. Die Beine kommen, die ganze Familie kommt. Das ist genau. Sieben Generation kommen. Wow. Sieben Generation. Sehr gut. Also Alta, warum? Ja, ja, also Alta. Ja, also Alta, Sie. In Aayna, in eine Familie, wenn einer mit dem Guru oder mit dem Divine ist, das bedeutet, dass sie sieben Generationen die sieben Generationen bekommen werden. Und nur sieben Generationen zurück? Ja. Oder auch für eine? Nein. Nein. Es sind aber diese sieben Generationen nicht mit hier, aber sie haben den Benefit. Den Benefit. Aber ohne Anwesenheit? Ohne. Okay. Wir, die jetzt hier mit dir sind, ich denke, wir sind alle, beschäftigen uns mit Gott und mit Spiritualität und Religion. Und ist das wichtig? Oder geht es im Leben einfach darum, zu spüren, was im Herzen ist und danach zu leben? Das ist okay. Das kommt. Manche Leute gehen so. Die wissen nicht, andere Büros. Die gehen zu arbeiten, kommen zu Hause, TV gucken. Das ist okay, aber meine Meinung ist die Pflaufen, die Pflaufen, die Pflaufen sind. Die Pflaufen sind die Pflaufen und die Pflaufen sind die Pflaufen. Aber sie sind nicht glücklich. Das ist okay. Wenn manche Leute wissen. Diese und diese Pflaufen sind die Pflaufen und die Pflaufen sind, der Pflaufen sind, sie sind wieder schlussend und die Pflaufen sind. Das ist okay. Das muss nur die innere Glück sein, die innere Freude muss da sein. Dann ist alles gut. Wenn die innere Freude nicht da ist, du machst das oder das, du versuchst zu kriegen, die innere Freude. Until du kriegst. Untertitelung des ZDF, 2020